hallo meine lieben hier ist natascha mit einem neuen video für euch heute basteln wir mal mit action produkten und los geht es mit diesem wunderschönen holzstempel denn ich eigentlich auch schon eine weile bei mir in der sammlung habe ich habe auch neues set von all and create raus gekramt das wollte ich gerne als aufleger und mattung für meine karte benutzen und einen a6 kartenrohling vom action in weiß ich habe ein stück aquarellpapier alkavel in vintage photo und damit stempel ich den holzstempel direkt auf das aquarellpapier wie ihr seht dauert das ein bisschen wie ich da rumeier aber ihr müsst halt wirklich genug druck ausüben holzstempel erfordern schon eine gewisse kraft nach dem abstempel natürlich den stempel wieder sauber machen ich habe dieses mal tatsächlich mit der koloration angefangen habe wie immer meine ganzen distress reinka wassertankpinsel einen feinen pinsel den ich tatsächlich am ende auch nicht benutzt habe raus gekramt ein stück taschentuch und ja wassertankpinsel damit arbeite ich tatsächlich am liebsten wie immer fange ich grundsätzlich damit an das motiv einzufärben zumindest so die grundfarbe aufzutragen damit ich ungefähr weiß welche flächen welche farbe bekommen dieses motiv ist natürlich sehr sehr einfach insgesamt der bär nimmt das größte den größten platz ein und ich habe mich entschieden mit dem ich sag mal rostbraun zu kolorieren denn ich in meiner palette noch über habe anbrauen und ich finde ganz gut aus in der farbe für das super kleine fahrrad habe ich mich für mint grün entschieden das war auch so spontan entscheidung normalerweise ist es so dass ich meine karte so gut wie fertig habe und dann weiß ich welche papiere ich benutzt habe diesmal habe ich gedacht ich mache das andersrum ich weiß nicht ich bin da nicht so festgefahren gewisse routine ist war schon drin aber ich mache es so nach lust und laune wie es mir gefällt und diesmal habe ich mich halt für die andere variante entschieden mal zur abwechslung was neues mehr oder weniger dafür die reifen habe ich natürlich schwarz das schwarz habe ich auf dem acrylblock das ist leicht im rechten teil des bildes zu erkennen da habe ich halt den black suit abgestempelt und da benutze ich halt wirklich nur dieses winzige stempel für stempelkissen farbe die ich dann quasi auf dem akrylblick habe nachdem der grundauftrag beendet ist versuche ich dann die schatten seite bzw die dunkleren bereiche stärker hervorzuheben indem ich natürlich mit derselben farbe die ich vorher schon benutzt habe in die bereiche reingehe und die ein zweites teilweise drittes viertes mal über male wie ich das schon öfters gesagt habe bei der aquarell malerei geht es halt um schichten also deswegen benutzen wir halt am liebsten auch aquarellpapier weil es halt auch sehr viel wasser aufsaugen kann ich habe mein lieblings aquarellpapier bzw ich habe früher damit ganz viel geschnitten mit der cameo und ich habe dann noch so viele reststücke und die habe ich halt aufbewahrt und je nachdem wie groß mein motiv ist suche ich mir halt dementsprechend ein passend großes stück und da wird drauf gestempelt und dann anschließend koloriert weil das papier ist wirklich also meiner meinung nach richtig gut ich habe allerdings auch nie wirklich viel geld in die hand genommen und teures aquarellpapier mir gekauft weil ich mit dem so zufrieden bin und spätestens nachdem ich zum beispiel das vom action ausprobiert habe ich gedacht okay das der stärker nummer drei ist definitiv mein liebling im vergleich zu dem action papier aber wie gesagt sonst habe ich eigentlich keine erfahrung mit aquarellpapieren anderer firmen und ich bin der meinung wenn man mit etwas zufrieden ist muss man nicht unbedingt rumexperimentieren und preis leistung ist definitiv auch absolut in ordnung es zählt teilweise also ich würde sogar sagen es zählt tatsächlich auch zu den günstigen aquarellpapieren ihr bekommt halt einen großen block und ich weiß nicht inzwischen habe ich meinen dritten oder vierten angefangen und ja wie gesagt die restpapiere oder das was noch überbleibt von einem großen blatt papier wird alles aufbewahrt und manchmal ist das wirklich nur ein spruch oder ein kleiner stempel den man mit auf eine karte setzen möchte und dann sind halt so was sehr praktisch in der zwischenzeit habe ich mit den all and create stanzschablonen meine mattung und auch mein kartenaufleger gestanzt den kartenaufleger habe ich aus einer seite von einem vokabelheft ausgestanzt und ich habe mich entschieden mal wieder meine düme rauszukramen ich kämpfe hier gerade ein bisschen damit ich habe eigentlich happy eine bürste habe ich glaube ich angefangen prägen wollen und dann habe ich festgestellt dass man vorne dass so zur hälfte abgeschnitten war deswegen habe ich das ein bisschen vorgeschoben ihr habt ja die möglichkeit so ein leerzeichen quasi zu drücken und ja es gibt auch eine schneidemöglichkeit habe mich gerade selbst vertan es war happy mit dem ich angefangen habe danach kommt das bürste das band habe ich in schwarz ich habe dann auch so ziemlich fast alle regenbogenfarben dadurch dass action inzwischen zwei kollektionen rausgebracht hatte mit verschiedenen teilweise auch neonfarbenen bändern und die passen halt in den düme super ein ich hatte schwarz tatsächlich schon noch drin und deswegen habe ich das auch benutzt das passte auch jetzt zu der karte ansonsten hätte ich vielleicht mit grün als alternative genommen aber ich fand schwarz jetzt als kontrast ganz gut habe mir das alles schon mal zurecht geschnitten alles was übergeblieben ist habe ich an die seite geschoben wird vielleicht noch für was anderes benutzt aus demselben stand schablonen jetzt auch der die martung und kartenaufleger kommen habe ich auch zwei borduren gestanzt dafür habe ich ein designpapier bzw designpapier cover geschnitten und einmal einen cardstock vom action der ist so ich denke mal so einfarbig es gab mal blöcke mit vorder und rückseite wo die aufeinander abgestimmt waren in zwei verschiedenen grüntönen und das ist halt eins davon habe mir jetzt ein aufleger an der seite mit vintage foto und jetzt gebe ich das ganze zusammen das heißt den kartenaufleger und die martung habe ich da entschieden dadurch dass das papier so dünn ist nur zwei streifen vom doppelseitigen klebeband zu benutzen und den rest mit dem flüssig kleber der flüssig kleber braucht eine weile zum zum trocknen deswegen glaube ich sind sogar meine karte also meine fotos ein bisschen wie sagt man noch im feuchten zustand aber nach dem kompletten durchtrocknen kann man das eigentlich nicht mehr so erkennen um sicher zu gehen lege ich einen schmierzettel drüber und rolle das ganze mit einem brayer glatt damit der kleber halt wirklich überall sitzen kann wo er hingehört mit dieser film klebe ich meine borduren an der seite fest ich habe mich erst mal entschieden für die feinere dass die nach vorne soll die hat halt auch dieses gepunktete muster mit drauf ist ein bisschen glitzernd und den ihr sagt mal ein farbigen der kommt halt dahinter beziehungsweise wird drüber geklebt schaut noch ein bisschen raus man könnte natürlich auch mit einer bordüre arbeiten aber irgendwie ist das halt meins ich muss so viele schichten miteinander kombinieren wir halt möglich wie ihr seht im bild oben ich habe schon ein bisschen gestanzt ich möchte euch das ganze halt ersparen wie ich hier rum kurbel das kann manchmal stunden dauern bis man sich entschieden hat welche stand schablonen man am ende benutzt ich habe hier eine stadt bordüre und einmal ein hügel das ist ein slimline stand schablonen seit vom action das gab es vor einer weile und das hat halt so szene stand schablonen da habe ich auch den feinen rasen mit gestanzt den großen habe ich mit einer zweiten also mit dem zweiten set wo auch die straße herkommt gestanzt da habe ich einfach aus pappresten in grün halt rasen elemente gestanzt und die halt hier so ein bisschen noch befreit von überresten dann auch wieder mit dem vintage foto eingefärbt damit es so ein bisschen sich hervorhebt und auch ins gesamtbild anpasst dafür benutze ich halt hier einfach ein schwämmchen man kann natürlich auch mit einem pinsel arbeiten oder mit etwas anderem wischen je nachdem was für ein tool ihr zur verfügung habt und dann fange ich das ganze zu schichten und klebe mit taser film alles auf der rückseite fest damit das sich nicht mehr auseinander trennen kann und ja damit mache ich meinen hintergrund bzw wo der bär halt drauf sitzen soll damit er halt einfach nicht auf dem vokabel heft quasi oder auf dem vokabel heft seite einfach darauf herum schwebt habe ich so ein bisschen grund für ihn geschaffen also erfährt auf einer straße im hintergrund sieht man halt ein bisschen landschaft rasen hügel und dann halt kommt die stadt im hintergrund man hätte die stadt auch aus einem bunten tonpapier oder karton schneiden können ich fand das halt sonst zu viel wird und deswegen habe ich mich für aquarellpapier entschieden dann richte ich das in etwa aus wie ich das gerne haben möchte und stanze mir das ganze was ich zusammengesetzt habe aus dem also mit der gleichen stand schablone mit der ich auch den aufleger gestanzt habe gucke natürlich vorher dass die reihenfolge passt beziehungsweise dass ich den die richtig rumliegen habe und dann das ganze aus kurbeln natürlich sind das jetzt ganz viele ton karton reste übereinander geklebt deswegen müsst ihr dann öfters drüber kurbeln ich habe das einmal und hin und her gestanzt und dann geguckt ob das durchgegangen ist war nicht der fall deswegen das ganze ohne zu trennen wieder nochmal durch kurbeln und nach dem zweiten anlauf war das super hat alles durch gestanzt alle schichten und so kann ich dann das ganze auf die gleiche stelle setzen wo die der karten auf leger ist fährt mir noch die kanten ein bisschen mit dem vintage foto ein auch die straße am rand entlang das war nämlich so ein grauer verpackungs rest und der hatte halt weiße kanten und das mag ich absolut nicht also wird das ganze mit dem vintage foto noch eingefärbt jetzt ist das element soweit vorbereitet mit ein bisschen pappe das ist ganz dünne pappe die ich benutze klebe ich das ganze jetzt auf mein aufleger da benutze ich auch wieder doppelseitiges klebeband und mein lieblings techy glue vom action den habe ich ja in eine kleine flasche umgefüllt damit ich das besser quetschen kann mit der großen flasche kommt mir einfach viel zu viel kleber raus er ist etwas flüssiger als vielleicht andere techy glues aber er klebt trotzdem zuverlässig und ich finde wenn man das so fein dosieren kann wie mit der kleinen flasche kommt man damit auch super zurecht und wenn man überlegt wie viel da kostet da glaube ich dann brauche ich auch keine anderen mehr anschaffen das ist wirklich die günstigste alternative die ich kenne und dann wird das ganze natürlich zusammengesetzt und ich tupfe mir den kleber der eventuell aus den standstablonen rausschaut ein bisschen mit dem taschentuch das ich hier liegen hatte ab klebe noch die ganzen schichten ich vorher mit dem teaser film auf der rückseite fixiert habe auch noch auf damit sich halt nichts mehr lösen kann und das ganze auch jetzt so richtig setzen kann die rasen elemente da habe ich eins davon noch zerteilt klebe ich noch oben drauf ich versuche das so ein bisschen wie die straße sich biegt anzupassen ist es nicht hundertprozentig aber es gibt dem ganzen trotzdem so eine weitere ebene und interesse und ja das ist halt einfach meins da klebe ich tatsächlich einfach nur mit flüssig kleber fest und das was rüber schaut das habe ich mit der schere einfach weggeschnitten bei dem bären habe ich mich auch entschieden das ganze bisschen anzuheben hier habe ich etwas stärkere pappe das müsste so einen halb millimeter sein denke ich mal die klebe ich auch wieder mit doppelseitigem klebeband zumindest das große stück für die kleinen ist der aufwand einfach zu groß das passen zu schneiden also reicht absolut einfach nur mit flüssig kleber zu arbeiten flüssig kleber dauert halt aber nur länger zu trocknen aber wenn man das bedenkt ist das eigentlich auch kein problem das ganze natürlich andrücken damit sich auch nichts mehr verschieben kann da der bär so ein bisschen angehoben ist habe ich mir gedacht man könnte ja noch ein bisschen was drunter setzen und habe mich entschieden einfach weißes negern als kontrast zu benutzen schwarz hätte funktioniert es hatte auch grau funktioniert oder auch grün oder mit grün ich habe aber schon so viel grün jetzt durch den rasen habe ich gedacht das wäre eigentlich ganz gut mal wieder weiß reinzunehmen habe da so ein bisschen gespielt bevor ich den bären aufklebe natürlich auch wieder mit glas beschweren damit der kleber richtig setzen kann da habe ich die stand schablone wieder weggeräumt aus dem slimlines set mit der stadt habe ich auch wölkchen gestanzt und kleine blümchen für die wölkchen habe ich aber ich auch entschieden mit dem vintage foto die untere seite so ein bisschen einzufärben damit das ein bisschen schatten simuliert und ich weiß nicht wie ihr das wahrnehmt ich hätte auch noch grau nehmen können aber wenn das gesamtbild so ein bisschen viel braun hat dann finde ich schöner dass man mit braun weiter arbeitet habe so ein bisschen gespielt wie ich die wolken setzen möchte und dann klebe ich das ganze fest da der bär etwas höher ist kann ich auch so ein bisschen unter ihm noch was befestigen bzw kleben am ende habe ich glaube ich auch eine wolke weggelassen die ich zwar ursprünglich gestanzt habe aber das ist halt auch oft dass man mehr vorbereitet als am ende dann tatsächlich auf der karte landet das macht ja nichts das was über bleibt kommt dann mit in die folie für die wo die standstablonen drin sind dann kann man es für das nächste projekt dann benutzen hier probiere ich aus ob das wirklich noch irgendwo platz findet aber das war dann zu viel dann das ganze natürlich wieder beschweren und an die seite legen ich habe festgestellt dass mein kleber langsam leer wird und da habe ich tatsächlich meine erste teki glue flasche leer gequetscht da war jetzt wirklich nur noch ein ganz kleiner schluck drin habe mir eine neue flasche aufgemacht habe erstmal geguckt ob die auch versiegelt das ist sie nicht deswegen konnte ich das einfach nur aufschrauben und dann weiter befüllen das happy birthday ist relativ weit auseinander zumindest die buchstaben ich fand das irgendwie nicht so schön habe ich mich entschieden tatsächlich die alle einzeln auseinanderzuschneiden und die zwischenräume quasi wegzuschneiden das gibt dem ganzen so ein bisschen interesse es ist auch nicht so tragisch wenn man nicht allzu gerade schneidet oder klebt am ende wichtig ist dass ihr die reihenfolge einhaltet dass ihr dann die buchstaben vernünftig zusammenklebt weil es ist durchaus auch mal möglich dass man sich da verklebt und ja man hilft sich selbst wenn man die passend auslegt für später haben wir ein stück pappe dann zurecht geschnitten das halt dünner ist als die buchstaben habe dann großzügig schon mal flüssig kleber drauf verteilt und angefangen in der mitte des wortes das heißt ich habe mich hier ein abgequält habe die trägerfolie auf der rückseite versucht zu lösen die trägerfolie die man prägen kann ist tatsächlich auch selbstklebend wenn man natürlich das ganze zerschneidet sind die kleinen elemente auf der rückseite auch so fein und mit meinen nägeln da kam ich irgendwie überhaupt nicht zurecht habe mich erst mal abgequält und tatsächlich versucht jede einzelne folie abzusetzen oder abzuziehen habe dann verschiedene werkzeuge zur hilfe genommen und das hat alles nicht so wirklich hundertprozentig funktioniert aber auch das habe ich jetzt im video gelassen man lernt halt im prozess meistens dazu und danach habe ich mich tatsächlich entschieden einfach die folie dranzulassen um mit dem flüssig kleber das ganze zu kleben die elemente sind relativ klein und da hilft zum beispiel eine pinzette beim kleben damit man die buchstaben halt halbwegs vernünftig halten kann ohne den kleber zu patschen das ganze natürlich andrücken weil der kleber der flüssig kleber der ist ja noch nicht ausgetrocknet das heißt ihr habt noch ein bisschen spielraum ihr könnt eure buchstaben mit absicht oder ohne absicht verschieben deswegen da so ein bisschen mit gefühl arbeiten das was links und rechts an pappe über geblieben ist habe ich mit der schere weggeschnitten damit habe ich mir halt selber auch die arbeit erleichtert und dann klebe ich das schon tatsächlich auch auf die karte drauf bzw ich habe mich entschieden mit dem faden das ganze noch mal zu wiederholen noch eine schlaufe zu setzen und meine schlaufen von vorhin aufzugreifen und sozusagen schon so ein bildliches dreieck damit kreiert jetzt fehlt noch das wort happy da habe ich mir überlegt vielleicht macht es sinn vorher die folie abzuziehen bevor ich das zerschneide aber auch das ist leider sage ich mal nach hinten losgegangen und dann habe ich es einfach aufgegeben und einfach die buchstaben zerteilt und die direkt in den kleber gesetzt so wie beim ersten wort vielleicht habt ihr auch ein dümo gerät zu hause und auch die label folien vom action in verschiedenen farben und habt euch bis jetzt nicht getraut damit zu arbeiten oder ihr habt das gleiche problem wie ich ihr habt ein langes wort und das ist so ausladend dass es die hälfte der karte bedeckt oder die länge der karte und da finde ich wenn man die zerschneidet und diese zwischenräume weglässt sieht das schon viel schöner aus und irgendwie für das auge angenehmer und so kann man auch längere wörter oder wie hier buchstaben enger beieinander kleben und man hat dann vielleicht einen spruch den man sonst nicht benutzen würde auf für eine karte passend zurecht geschnitten ich habe dann überlegt welche schmuckelemente ich dann als abschluss benutze habe dann alles so zurecht gelegt wo was ich dachte dass ich nehmen könnte habe mich dann also schwarze schmucksteine halb perlen hier in diesen cd-höhlen rausgeholt aber tatsächlich am ende auch nicht benutzt genauso wie die schwarzen pailletten jetzt im bild gelandet sind ich habe mich für die grüne variante entschieden aber dann ist mir eingefallen ich habe ja noch diese gestanzten blümchen aus dem slimline set mit der mit der stadt habt ihr dann auf meine prickel matte gelegt und weil die elemente so klein sind habe ich einfach nur in der mitte rein gedrückt und dann damit schon erreicht dass die diese wölbung nach oben haben diese prägung und somit interessanter wirken ich habe den kleber auf meine karte gesetzt immer so kleine pünktchen und habe dann so die blümchen um die straße herum sozusagen verteilt und die fünf blümchen aufgeklebt so ein bisschen auch wieder in einer art dreieck das dreieck ist zwar sehr spitz aber ich weiß nicht das ist einfach fürs auge angenehmer dadurch dass ich mir gedacht habe dass das voll die männer karte sein könnte habe ich mich dann auch für silberne schmucksteine entschieden für blumen mitten weil irgendwie finde ich da fehlt was wenn man die blümchen einfach nur so drauf klebt und in der mitte nichts ist also zumindest ein schmuck steinchen in zwei millimeter hat auf jeden fall platz dann habe ich angefangen die pailletten zu verteilen habe dann auch vorher erst mal kleber gesetzt und auch wie ihr seht auch hier wieder ein optisches dreieck gebildet habe dann geguckt wo ich dann etwas ich sag mal die pailletten verstecken kann ich finde die sind teilweise auch ziemlich groß ich glaube sechs millimeter müssten die haben und ja das ist manchmal schöner wenn man die zur hälfte nur sieht man könnte dadurch auch zerschneiden dann könnte man auch nur pailletten sparen aber ja man behilft sich mit dem was man hat hier habe ich ein paar halb perlen in schwarz dazu verteilt habt ihr dann halt gesetzt und als gründen abschluss noch ganz kleine zwei millimeter steinchen in anthrazit schwarz ich glaube ich habe die so ein bisschen gemischt manche sind schwarz manche sind anthrazit farben aber halt schon so dunkel dass das irgendwie auch nicht auffällt dass sie unterschiedlich sind und die werden halt auch verteilt auf der karte bis ich dann zufrieden bin und jetzt heißt es eigentlich nur noch unseren fertigen aufleger auf die karte zu kleben dafür benutze ich wieder eine dünne pappe von etwa einem millimeter stärke ich habe das in jetzt gerade einfach mit mit der schere gekürzt doppelseitiges klebeband auf die rückseite und natürlich flüssig kleber dazu damit das ganze auch wirklich kleben bleibt ich habe schon von vielen gehört dass sie mit dem doppelseitigen klebeband vom action unzufrieden sind ja der kleber ist bestimmt nicht so stark wie andere dafür lässt er sich halt wunderbar reißen und man muss dann nicht unbedingt mit der schere hantieren und in der verbindung mit doppelseitigem also mit mit flüssig kleber mit dem teki glue könnt ihr euer doppelseitiges klebeband noch verstärken und dafür reicht das absolut bei allemal aus wer wer es nicht glaubt kann es gerne selber testen ich mache das schon wirklich schon länger und ich finde dafür für unsere verhältnisse zum basteln und dass die karte nicht auseinander fällt dafür reicht es auf alle fälle für verpackungen und sowas würde ich das wahrscheinlich nicht so empfehlen also das ist halt kommt immer auf dann oft auf das projekt an was man sich vornimmt und ich denke mal hierfür ist das absolut in ordnung natürlich auch nachdem das auf den karten rohling aufgeklebt ist muss auch die rückseite von dem von der pappe mit kleber und immer so mit doppelseitigem kleber und mit flüssig kleber bedeckt werden und dann kommt das ganze auf den karten rohling ich hatte noch irgendwie schmutz darauf deswegen habe ich das gerade bisschen weg gewischt natürlich andrücken und ja damit wäre unsere karte tatsächlich fast fertig mir ist aufgefallen dass ich vergessen habe bei dem bei der koloration noch die nase so ein bisschen zu verstärken habt einen schwarzen fineliner vom action genommen habt die nase so ein bisschen angemalt die augen und natürlich paar weiße highlights ins auge und in die nase so das wäre es die karte ist fertig diesmal auch gar nicht so lang das video vielen dank fürs zuschauen und ich würde sagen bis zum nächsten mal bis dann tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020